Hi, zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich in Zürich und zwar bei Michel Keramikbedarf und wir schauen mal rein, was alles da zu sehen ist. Ein wunderschöner, grosser Laden. Hier haben wir den Eingangsbereich mit diesem Ofen. Auf dieser Seite gibt es Werkzeuge. Das Paradies für Keramiker. Tolle Formen für Plattentechnik. Brennhilfsmittel, die sind sehr praktisch für Anhänger und Dinge, die nicht auf der Platte festkleben dürfen. Hier kommen wir zum Bereich von Glasuren. Eine unglaubliche Auswahl an tollen Glasuren. Hier von Rock. Dann drüben hat es Amako und zu jeder Glasure hat es dann ein Muster. Gehe da etwas näher. Mir gefällt zum Beispiel die Glasuren. Da kann man sehen, welche Glasure das ist und wie die dann ausschaut, wenn sie glasiert ist. Das ist jetzt die PC16. Da haben wir eine riesen Auswahl an Glasuren und Mustern zum Anschauen. Dann hier gibt es diese Glasurehilfsmittel und auch noch wieder Glasuren. Mit diesen Mitteln auf dieser Seite kann man die Pulverglasuren in streichbare Glasuren umwandeln. Das ist sehr hilfreich. Immer wieder faszinierend finde ich das Gold. Hier haben wir Gold, Glanzgold zum Auftragen mit dem Pinsel. Ist einfach nicht sehr günstig, weil das ist echtes Gold. Aber das kriegt man auch hier zu kaufen und gibt wirklich tolle Effekte. Auch zum Beispiel hier dieser Frosch da unten oder diese Platte mit diesem Gold. Man kann auch Akzente setzen, wie zum Beispiel hier diese Tasse mit dem Frosch und der goldigen Krone. Eine grosse Auswahl an Gipsformen zum Gießen oder auch für Plattentechnik. Auch hier wieder Töpfenscheiben in jeder Grösse. Für jeden das Richtige. Die Ofen, die Brennöfen, Elektrobrennöfen, verschiedene Firmen kann man hier direkt vor Ort anschauen und kaufen. Ja, der Ausflug nach Zürich war sehr spannend. Ich bin immer noch hier und werde mich noch etwas umschauen. Man kann auch online den Shop besuchen, wenn ihr möchtet. Ich mache da noch einen Link, da könnt ihr reinschauen. Auf jeden Fall eine gute Adresse. Es würde mich freuen, wenn ihr mal reinschaut und dann bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Also, wir sehen uns Intro. Auf jeden Fall. Ihr könntest mit dem